wird ihnen präsentiert von dein messestand angebote für messebau wir sind hier bei der firma über die produziert krane und absetz kipper und ich stehe hier mit patrick spitznagel geschäftsführer deutschland das hier sieht für mich aus als hätte es ein sonnendach ich glaube da liege ich falsch sie können das bestimmt besser erklären falsch wirklich das wäre dann nur quasi die variante für das wochenende aber ansonsten ist dieses abnetzsystem was wir hier sehen eigentlich für die ladungssicherung gedacht und das ist wirklich neu also es sieht so funktional und einfach logisch aus aber es ist für deutschland sehr neu aber im konzern wird das in sehr großen stückzahlen in england verkauft wo es einfach auch wesentlich strengere arbeitsschutzbedingungen gibt im endeffekt soll es soll das system auch verhindern dass der fahrer sich verletzt weil er auf dem container steigt um die ladung abzusichern sicherheit ist ein wesentlicher aspekt die arbeitssicherheit und dann natürlich auch die arbeitsgeschwindigkeit weil mit diesem automatischen system das auch mit einer funkfernsteuerung bedient werden kann können sie die container wesentlich schneller abdecken das heißt bei circa zehn bis zwölf fahrten am tag sind die so effizient dass sie ein container am tag mehr fahren können deshalb haben sie auch eine sehr schnelle amortisation diesen zusatzkosten dann von diesem system das ist ja super einerseits geld gespart und abgesichert eigentlich optimal